Wenn wir Zeit haben, machen wir das auch morgen. Okay. Die Schwänzwäsche ist sauberer, oder? Und wenn sie Schwanz ist, ist ein sauberer Schwanz im Gesicht und nicht eine dreckige. Okay. Ich hatte auch schon Sex mit einer Frau. Und das will ich einer Frau so nicht mehr antun. Hoppla. Hast du dir etwas gemacht? Das nennt man Judenrollen. Gut, machst du das. Sehr gut. Miau. Teach me today. Miau. I'll kiss you. Miau. Wow, wow, wow. Miau. Ja, ja. Hans-Ueli, das herzige Knuddelbärli. Ja, verdammt. Du verdammt. Wenn ich manchmal schon im Wald bin und den schönen Baum sehe, muss ich den einfach umarmen. Ich habe eine Freundin. Es ist geil. будst du? toll. Was ist wirklich ein Jess? Tony,